Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Auch LG hat auf der IFA in Berlin natürlich neue Smartphones vorgestellt. Da das interessanteste davon, dass LG G7 One leider erstmal nicht zu uns nach Deutschland kommt, schauen wir uns heute das LG G7 Fit an. Wie vermutlich die meisten von euch fand auch ich den Namen erstmal etwas komisch. LG meinte aber zu mir, dass sie das Gerät einfach nicht LG G7 Lite nennen wollten, weil das jeder macht. Das G7 Fit soll also eine etwas abgespeckte Version des G7 ThinQ sein. Auf den ersten Blick fällt das aber gar nicht so auf, denn optisch gibt es kaum Unterschiede. Der Rahmen besteht auch hier aus Metall, die Rückseite aus Glas und auch das G7 Fit ist IP68 zertifiziert. Es fühlt sich ziemlich hochwertig an und ist auch super verarbeitet. LG verbaut auch wieder das vom G7 ThinQ bekannte 6,1 Zoll große LC Display, das mit 3.120 x 1.440 gestochen scharf auflöst und bis zu 1000 Candela hell wird. Davon bin ich ja ein riesiger Fan, das wisst ihr. Und natürlich hat auch das G7 Fit eine Notch. Mit dabei ist auch wieder der Boombox Lautsprecher, der sobald er auf einer festen Oberfläche liegt, eine richtig gute Klangqualität liefert. Und auch den Premium DAC hat das G7 Fit bekommen. Die Klangqualität mit Kopfhörern sollte also super sein. Dazu gesellen sich ein 3000 mAh starker Akku mit Quick Charge, 32 GB Speicher, 4 GB und ein Micro SD Slot. Als Software kommt Android 8.1.1 mit LGs hauseigener Benutzeroberfläche zum Einsatz. Da ist mir nicht wirklich was Neues aufgefallen. Wo hat LG denn nun aber wirklich Abstriche gemacht im Vergleich zum G7 ThinQ? Nun in erster Linie auf jeden Fall beim Prozessor. Hier kommt nämlich der mittlerweile zwei Jahre alte Qualcomm Snapdragon 821 zum Einsatz. Der ist nach wie vor ausreichend stark. Ein aktueller Mittel- bis Oberklasse-Prozessor hätte in meinen Augen aber viel mehr Sinn gemacht, weil die deutlich effizienter sind. So dürfte die Akkulaufzeit wieder nicht die beste sein. Und natürlich hat man auch bei der Kamera gespart. Statt einer Dual-Kamera verbaut LG hier eine 16 Megapixel Hauptkamera. Natürlich nur eine einzelne mit einer Blende von f2.2 und ohne Weitwinkel. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf. Und ich gehe auch stark davon aus, dass Wireless-Charging hier weggelassen wurde. Das kann ich euch aber leider noch nicht sicher sagen. Mir fällt es ehrlich gesagt etwas schwer, das G7 Fit einzuordnen, da LG mal wieder keinen Preis genannt hat. Kostet das Ding jetzt 300 Euro, dann wäre es ein absoluter Knaller mit dem Display und der restlichen Ausstattung. Kostet es aber 400 bis 500 Euro und davon gehe ich bei LG einfach mal aus, weil die Preisgestaltung in letzter Zeit ja doch sehr hoch war, dann ist es einfach viel zu teuer. Ich hätte hier gerne einen anderen Prozessor gesehen, dann wäre ich mit der Hardware eigentlich durchaus zufrieden. Das G7 Fit soll auf jeden Fall noch im vierten Quartal in Deutschland auf den Markt kommen. Ob ein Kauf sich lohnen könnte oder ob es komplett unnötig ist, das wird größtenteils vom Preis abhängen. Das soll es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Lasst mich gerne wissen, was ihr vom G7 Fit haltet. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.